Hallo, mein Name ist Dunja Bernatzky, Mitbegründerin von unserem Animationsstudio Axe Anima. Mein Name ist Chris Staber, ein anderer Mitbegründer vom Animationsstudio. Und ja, wir haben diesen fantastischen Film gemacht. Es gibt seit 27 Jahren, seit Schweinchen namens Babe, das uns allen in Erinnerung ist, die ich damals gelebt habe, gibt es keine österreichische Intellektfassung. Rute 15 in der Wischung. Ein wundervoller Family-Entertainment-Animationsfilm, wie man ihn auch von internationalen Animationsfilmen kennt, aber mit österreichischem Dialekt. Jaha, das haben wir schon beim ersten Mal verstanden. Die Häschenschule, der große Eierklau. Jetzt auch auf Österreichisch. Ab 17. März in ausgewählten Kinos.